Das ist auch noch nicht, ich will das machen, noch mal ein bisschen Hip-Hop, ja, langsamer, 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 viel langsamer, ja. Das finde ich schon ein Applaus, die Ruhung hat dann so lustiger, da ist meine Liederlinge, Fotos mit mir immer, wenn ich glaub. Und das ist nur eine Nacht, weil es nur so zum Spaß war, dass die Handy-Nummer die Linger, dann die beiden an und immer. Das wenn ich schon ein Applaus krieg und der Nacht ein Zuhause, wie keiner war, ist meine Liederlinge, Fotos mit mir hinter mir nicht wahr, ja, ich hab aber wahr. Das ist nur eine Nacht, war alles nur so zum Spaß, war das die Handy-Nummer, diese Mega-Dot, die weiße, war nur mit mir nicht wahr, ja, ich hab aber wahr, wahr, wahr. Nein, stopp, stopp, stopp. Das ist der Song. Okay, noch was? Ein Shanti. Shanti. Mach mal da, mach mal. Da brauch ich aber so'n, ne, du brauchst so'n, 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 so'n. Das ist eine Liederlinge nicht wahr, was ist taurig aber wahr, was ist nur eine Macht wahr, ist nur so zum Spaß wahr, ist die Handy-Nummer, die sie mit, ist die falsche Rache-Nummer-Wild-Ein-Klang. 3. 3. 4. 3. 5. 4. 5. 6. Schiegel, Schiegel, Schiegel! Schiegel, Schiegel, Schiegel! Aber einer bin mir von meiner Band gewünscht heute Abend. Den haben wir sonst, den haben wir manchmal versucht, der ist nie gut gegangen. Heute Abend, ich hoffe ihr habt ihn vorbereitet für mich, einmal so wie meine erste Schülerband geklungen hat. Meine erste Schülerband in der Garage am linken Niederrhein in Alpen, um genau zu sein zwischen Bönninghörd und Alpen, da haben wir in der Garage getrunken und da klang das so wie Rage. Also wir dachten, wir wären Rage against the Machine. Komm mal einmal zum Luffen mit. Im Bönninghörd, in der Garage, Die Brummese anbiliyor. Der die Brummese anbiliyor. Der die Brummese anbiliyor. Das ist die Halle, das ist die Halle, das ist die Halle. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ey, danke schon. Ja, ja! Als ich gerade da vorne rumgesprungen bin, ist der Knopf meiner Hose aufgesprungen. Ich trage Gott sei Dank ein Gürtel, das ist okay. Aber ich merke, das ist zu... Ich bin... Ich hab gar keinen Bock mehr auf die Garage, ganz ehrlich. Das ist mal lieber so ein bisschen erwachsene Musik, so ein bisschen Elvis oder so. Und das ist für irgendwas Elvis mit dem... Kitsch! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020